Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr euren Google Account löschen könnt. Wenn ihr mit Google abgeschlossen habt oder einen neuen Account erstellt habt und den alten nicht mehr braucht, dann könnt ihr ihn ganz einfach löschen. Öffnet zunächst euren Browser und gebt folgenden Link ein. Klickt hier auf euer Profilbild und wählt Google Konto verwalten aus. In der Liste auf der linken Seite klickt ihr auf Daten und Personalisierung und hier wählt ihr Dienst oder Konto löschen aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Google Daten noch herunterladen und so ein Backup erstellen. Klickt nun auf mein Konto löschen, gebt hier nochmal euer Passwort zur Bestätigung ein und klickt dann auf löschen. Euer Google Account wurde nun gelöscht. Über welche Google Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.